0-9, ne? So ein Mike will drücken. Cool. Ja, komm hier. Ich hab's mal erst mal ein Profi. Stolz! Hä? Red Buff. Miau. Wieso ist er eigentlich schneller als ich? Ach, weil er... Äh... Schnell. Boah, der Flats ist imbar. Der ist imbar, der hat Hauber-Schuhe. Genau wie ich, der ist imbar. Wäääh! Jucka! Das Dingens kommt auch, wie heißt die erste kleine Giftswerke. Hallo? Hallo? Servus. Wasch! Alter, wenn ich jetzt umgebe, bin ich gleich so tot. Nein, das hat man nicht mehr. Ja. Die machen einfach nur Drachen. Die machen einfach nur Drachen. Kaufen sie nicht, wenn wir... Da können wir reingehen. Ja, ich hab kein Mahler. Mach nicht zu bist, ey. Pullen den da raus. Wo hab ich Mahler? Wo ist denn unser WW eigentlich hinne? Hä? Alter, ich bin irgendwie... Ah ja, höh, ah! Kauft euch mal Dodging-Skills. Äh, die sind ja vier oder fünf. Alter, warte mal die... Hallo? Du stirbst? Ja, kommst. Ja, kommst. Ja, kommst. Ja, ich dachte, ihr kommt auch mal mit. Ja, kommst. Sehr viel, hä? Meine Fresse, ernsthaft, ey. Alter. Alter. So, fail, alter, ehrlich. Die looks absolut, absolut der Freak. Und ihr läuft alle drei zum Tor mit Cooler-HP. Timbar. Was willst du mit Ultima? Ich hab da oben reingeschmissen, damit... Er ist hier da irgendwie... Rette. Okay. Ich hab wieder... Wicke. Wicke rein. Ja, wenn die einfach mitgeht zu der Lux, ey. Die wär so weg gewesen. Ey, aber nein, ich geh zum Tower. Ich bin zu eng gehabt. Ich hab mich da helfen. Wie sollen da fünf kommen, wenn ich die Lux alleine umgenutzt hab? Und dann wär's ein ganz normales 4 gegen 4 gewesen. Bin ja da nur noch. Ja, eben. Er war auch noch gekommen. Absolut viel Lux. Ich hab die alleine genutzt. Das mit dem Charter, den ich nicht, man kann, ey. Das ist nice. Ich guck, wie scheiße hier ist. Schlepp mal gekommen. Ach, fuhr. Ja. Ich hoffe, einer von euch mal aufgeben. Boah, kaputt. Pfuh, Allah! Tötet ihn halt, mann. Alter, wer bin ich denn? Der schreckt ihn am Blatt. Oh, wieso kriegt er mich denn noch? Alter, der geht mir was dir sagen. Jedes Mal mit absolut allerletzten Pitzen Damage. Ich bin zu lange bei einer. Ja, ich kann das nicht, ich will das aber nicht verschwenden. Ich kann das nicht berechnen mit der Scheiße, die wir da. Wow, was ihr nehmt, alter. Fast so viel wie Cheesy. Oh, Mann. Glaubst du, dass der Java dann manchmal so angegeben hat? Ich schau mal. Wer? Boah. Hat für den Latt gefehlt haben, er so, wow, wir werden nie gewinnen. Wie sie mich trifft. Lass erstmal hier weg. Bam! Lass mich mal runter. Lass mich mal runter. Lass mich mal runter. Loll, 39 habe ich, alter, wie scheiße ist das denn? Ausdruck. Na, auszuländer. Geh zu den Hafen. Ja. Ich kann mal, machen wir hier ein Problem. Machen. Ich bin mir ein Problem. Nichts wirklich. Naja, mal zuerst. Du kannst mich auf den Weg hinnehmen. Ich werde in den Weg hinnehmen. Ich will alle auf den Weg hinnehmen. Ich kann mich nicht passen. Ich kann mich immer auf den Weg hinnehmen. Du kannst dich mal als einfachen helfen. Wieso stirbst du nicht, Hunter nicht? Kai. Weil ich ein Maler habe und nichts machen kann. Deswegen soll es halt von vorne nicht der anderen Damage abfarmen. Als ob ich da nicht sterben würde, würden wir nicht nachfangen. Nee, die hätten mich nicht bekommen, ich hätte da noch Shield Ready. Hättest ein Damage, also ein Skill von denen irgendwie abgefangen. Ich habe keinen, äh, 4 Tonnen. Nee, nee, eine ist bestimmt genug und greift dich an. Sind ja die alle so schlecht wie du, umgreifen, Tank da, ne? Tank! Ja, Support, was weiß ich, was er ist. Und wir fahren hier wieder hinüber. Ja, stimmt. Meine Form. Alter, mach doch die Goldie aus, ey, nisshaft, es klappt immer nicht. Boah. 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 Ich bin schon schnitt. Ich hab's noch mal. Ich hab's noch mal. Das ist klar. Naja. Ich hab's noch mal. Schießt halt, Luty? Warte. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ich spiel nächste Runde mit, oder? Seit ich schon fängt. Ich spiel schon fünfund. Okay. Aber unser Tempo-Tar ist, glaube ich, bald ins Wind. Also, wir sind jetzt bei 20. Minute. Ich glaub, es wird noch 10 Minuten. Dann haben wir gewonnen. Und er verlangt. Dann fahr' wir noch eine Runde. Nichts bei Mike. Nur wenn Jarvan wieder ankommt. Ich versteck mich nicht an mir. Voll an. Mike muss einfach nur alles auf WW erstmal machen, damit wir den wegbörsen. Nur ich bin gestand prima. Thomas, komm her. Ey. Alisa geht's mit dem Gebüsch oder sonst irgendwas. Ist schon lustig, ne? Das ist schon mal 8 per FPS, ey. Das ist schon mal 8 per FPS, ey. Also hier ist... Go, go, go. Und du? Jetzt. Natürlich. Nein. Du bist nicht. Jetzt. Du bist nicht. Komm. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Dann fällt das Mic unten. Nein, da oben auch bitte. Was ist das? Was ist das? Ja, so... Laaaaaaaaaav. Ich glaub, seit 10 Minuten flieg ich nur auf der Map und guck irgendwo rum, Was ist das? Mir läuft immer davon. Ja, war da. Ja, der sehe ich da. Der oben sagt, ah, nee, mir. Komm, den. Ja, eben. Geh an. Naja. Ich hab' eigentlich vor, durch diese Geist herbelappt zu werden, aber... Naja. Magila sich haben, die dann eigentlich geplant hat. Die haben alle gar keine. Würde ich doch nicht so ein Damage raus machen, du. Javan, 80. Korki, 30. Gut, da brauche ich gar nichts. Guck, da brauche ich gar nichts. Guck, da brauche ich gar nichts. Holt die jetzt rutschen. Was? Im leeren Stand. Ich schau. Stimmt, ich kann meinen Benetti Edge kaufen. Ich geh auch weg. Hm. Was denn? Wär bloß wieder da? Ja. Könnte einen E-W-R-D-Krieg. Ja, erstmal zu uns. Ich muss mal den Luger vor mir hinnehmen. Gucken wir mich. Für ihn lassen. Für ihn lassen. 400 Gold. Ich hoffe ich noch was. Komm Mike! das ist total scheiße weil die gegner so schlecht ist das krass warte ich meine drei hat gefahren teilen ok zone gehen und der ww gleich das mit die geister bitte gehe alle hoch alle die vor wie die mich noch nie getroffen war er auch hier unten einmal aber das war da hat sich keine Brut die Meier ist zu kommen 5 Gold ich muss hier warten ja ich schieß mal Ulti hin da will Tauwrench endet ich komm nicht hin ich komm auf oh du kleiner cheater ich weiß ich dir Okay Ja, ist ja einfach jetzt back zu gehen Einfach mit full life wieder zurückkommen Bleibt hier alle stehen Was, du man, Jasen und Wana Sorry, aber... Boah! Hau rein, Alter, hau rein! Ja Bibi Ich hast du... Hau glatt Gut jetzt Was, du hast da rein Ich wusste nicht, dass die anderen zwei noch kommen So, nein, ich darf nicht, ich geh' weiter hin Ja, wo warst'n du? Ich dachte, der Ulti von Ledo kommt, nein Der farm'd immer ab, ey Alter Der hat nicht mal einfach Andi, Andi Andi, Andi, ist das scheiße, einfach nur Ich kann nur nicht Duseless So immer Ich muss mich auf Nein, ich muss mich auf Was, du hast